Hier präsentieren wir die 5 beste Akku-Staubsauger-Test. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5. Philips Aspirateur BALA i2 N1 AVEC Power Kyclone FC 6172-01 Das Power Pro Duo FC 6172-01 mit 25,2 Volt sowie Lithium-Ionen-Akku-Innovation ist ein echtes Kraftpaket. Es reinigt mühelos alle schwierigen Böden und Teppichböden auch und kann mit der Leistung eines 2000 Watt Vakuum konkurrieren. Dank seiner 2-in-1-Funktion kann sie bequem als Batteriestick oder als Handstaubsauger verwendet werden. Just, wie Sie benötigen diesen Haushaltshelfer. Mit der sehr manövrierfähig Triaktiv-Turbodüse können Sie jede Kante oder Untermöbel wie Bett plus Couch ein. Die Power Pro Duo bietet Ihnen eine optimale Reinigungsergebnisse auf schwierigen Böden sowie auf Teppichen. Nummer 4. Dirk Devel DD 698 Erster Der effektive schnurlose Staubsauger Dirk Devel Cavalier stellt sicher, unkompliziert und auch eine effiziente Reinigung dank seiner einzigartigen Wendlichkeit. Perfekt zusätzlich für Haushalte mit Tieren. Der Staubbehälter des Schmutz Teufel Cavalier hat eine Menge von 0,4 L und folglich kaum benötigt immer geleert werden. Drücken Sie einfach auch ein Schalter, da das Produkt aufgesogenen von Gotten ist los. Hinzu kommt, das kann der Schmutzbehälter bequem vom Staubsauger und gereinigt getrennt werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Live-Height-Akku-Staubsauger Regulus Power Wack 2 in 1 Die Live-Height Regulus Power Wack ist das nur eine der aktuellen Anfänger, die wie unsere bevorzugt, mit einem vernünftigen, abnehmbaren Handy ausgestattet ist. Es gibt hervorragende Saugleistung, eine Batteriekosten hält die richtige Länge und die Arbeitsfläche wird aufgehält. Die Batterie ist verbunden und somit schnell im Fall eines Problems ersetzt oder kann für eine zweite geladenes Buchbatterie ausgetauscht werden. Bei verschiedenen anderen Geräten Details, die Sie ohne es zu tun haben. Das Dyson V11 Absolute ist Dyson aktuellsten Top-Version und auch deutlich verbesserte Lebensdauer der Batterie und die Batterienlebensdauer hat die V10 kontrastierte. Es ist das zweite Werkzeug in unserem Rudelmachter die 60-Minuten-Marke zu beschädigen. Dies ist nur möglich, im Eco-Modus, aber es gibt zumindest die Menge der Arbeit, die andere in regulären Verfahren bieten. Die Bedienung ist einfach und offensichtlich. Eine Anzeige bietet Informationen über die sowie Ladung stehen sowie Wartungsrichtlinien, wie die Entleerung des Staubbehältersbetrieb, Abrechnung der Batterie oder eine falsche Rate des Bürstenkopfes. Und die Nummer 1 unserer Liste. AEG Ego Rapido CX 7. Februar 1945 an 2 in 1 Akku-Staubsauger. Die AEG CX 7. Februar 1945 an ist der Nachfolger des ebenfalls ausgewertet CX 7 bis 45 Ani. Mit dem neuen wurde einmal die Handhabung nochmals leicht auch verbessert, wie offensichtlich die Kontrolle geändert. Die CX 7 bis 2 bringt eine erhebliche Saugleistung auch im günstigsten Niveau. Einzigartige Attribute wie die effektive Bürstenreinigung und auch die Beleuchtung auf dem Bürstenkopf in das Angebot beenden. Es gibt absolut nichts viel besser für diese Kosten derzeit. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Danke fürs Zuschauen. 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 Danke fürs Zuschauen.